Hi Leute, wartet mal. Ich bin's Letizia, ich hab noch ne ganz kurze Ansage, die geht jetzt zu hinten, oder Kürzer. Also, ähm, ich hab die Fahrradprüfung bestanden, mit drei Fehlerpunkten, ah ah. Ja, also ich hab einen Führerschein und schon ganz kurzer Sticker. Hey Leute, hier ist mein Mäbchen, hier steht das. Also, Prüfung bestanden. Ja, also ich bin voll happy drüber. Ich kann auch mal mit meinem Fahrrad fahren, aber jetzt mal auf der Straße. Ja. Also, das war meine Ansage, und das für euch. Okay. Bye. 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 Bye.